hallo hier ist martin von money monkeys das ist die dachsanalyse für nun donnerstag den 10.06 2021 und unser täubchen sah gestern schon nicht mehr ganz so knusper aus nicht mehr ganz so gut hat sie nun zum mittwoch hier auf dem rücken gelegt und tot gestellt unser dachs ist unten raus wir haben gestern darüber gesprochen dass es ein bisschen danach riecht aber dass er eben die signale noch bringen muss er sollte unter 35 er sollte unter 6 10 wenn er das schafft sollte auf die 15 runter das hat er getan das war nicht ganz so schwer zu erkennen ist hat eigentlich schön gemacht auch wenn morgen das schon ganz schön versucht hat finden zu schlagen aber wir kennen ja unseren dachs wir haben es dann auch in den updates gleich zugeschrieben also da so nach oben gestolziert das haben wir gesagt naja wenn der da jetzt sondern 6 70 wieder harte rote kerzen nach unten wirft dann hat er bestimmt gleich noch mal neues tief weil dieses erste reingestochere was er hier unten geliefert hat das war ja ergebnisseitig nicht ganz so trakt und ihr seht auch hier die stundenkerzen sind eigentlich bis komplett runter auf 15 alle rot gewesen zumindest auf der ebene im ein stunden chart waren wir hier und dann noch ein bisschen was grüns dabei aber auch dort hat er relativ klar eigentlich nach unten angezeigt damit ist er oben erstmal aus der aus der hochtieffolge ein bisschen raus ihr seht es aber auch hier ganz markant dieses tief also der keil ist noch nicht aufgelöst ist aber es ist es ist eigentlich in der auflösung also formal müsste jetzt dieses tief noch 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 unterbieten aber der ist eigentlich in der auflösung weil ja eine verkeilung davon ausgeht dass es sich immer weiter zuspitzt und er dann hier oben auslösen müsste um um einfach das risiko rauszunehmen das hat er nicht getan hat das jetzt nach unten aufgelöst wir haben ja zwei tage lang montag und dienstag darüber gesprochen er kann auch hier oben probieren das hat er zwei tage lang nicht gemacht jetzt hat er die rechnung dafür gekriegt wurde unten ein bisschen abgestraft und damit kann der keiler in die auflösung gehen das ist insofern wichtig weil keiler durchaus auch dynamisch werden können in der auflösung sprich wenn er jetzt zum donnerstag sich hier unten um 400 einfinden sollte und dort bleibt sollte man davon ausgehen dass der freitag jedenfalls mit abwärtsgab reinkommt und auch deutlicher nach unten ziehen kann ja also wenn jetzt zum donnerstag ja ich sag mal nur eine 430 das gap zu macht und der ball hat komplett wieder hoch zieht richtig an dann wissen wir was am freitag kommt nämlich das ganze was die letzten wochen gekommen das haben wir immer wieder gesehen ich glaube das war auch ein donnerstag gewesen hier tief runter konter freitag lang oben raus wochenende also das kennen wir jetzt aus den letzten wochen zur genüge das haben wir tausend mal gesehen das brauche ich gar nicht eigentlich erzählen das müsste bei jedem schon am bildschirm dran stehen wenn der donnerstag sich zum nachmittag nach oben hin raus auskontert und die woche vorher schwach gewesen ist haben wir trotzdem am freitag wieder fast ein neues wochen hoch stehen das war bestimmt die letzten vier fünf wochen hintereinander so das sollte man sehr das sollte man dann halt auch einfach dass das sich zunutze machen diese wahrscheinlichkeiten wenn man sich schon erkennt und dann auch sieht dass er das wieder anspielen will sollte er es aber nicht anspielen sollte das nicht machen zum donnerstag hier unten liegen bleiben sich nicht hart auskontern sich eben nicht wieder nach oben stellen sich nicht schön eindrehen 15 30 wenn die amerikaner kommen so wie das die ganzen letzten wochen war sondern der hier unten bleiben ja dann glaube ich geht er zum freitag tiefer dann geht es zum freitag auf die 2 70 2 60 und dann geht es zum montag noch eine etage tiefer ja also da muss man ein bisschen aufpassen einfach weil der kalt dann auflöst na sowas das kann schon immer ein bisschen zwirbeln das kommt meist recht fies na also so eine keil auflösung da hat man probleme auf dann überhaupt noch mitzukommen weil die wirklich ganz schön zug dann drauf haben und sich das einfach entlädt spannung die hier immer spitzer geworden ist das entlädt sich einfach ja also dass das soweit das risiko auf der unterseite das wahrscheinlichste müssen wir ja ganz klasse sagen wäre allerdings eben nicht dass er komplett durchdreht sondern dass er zum freitag jetzt hier unten dieses geb zu macht diese 4 30 und von dort halt echt wie so ein gestörter dann wieder anfängt anzuziehen 15 30 14 30 irgendwie in dem d-dreh rum so hat es die letzten wochen gerne gemacht und von dort dann gegebenenfalls auch wieder ein bisschen den bereich um 5 10 5 50 zurück macht der und wenn er das macht dann dann braucht er eigentlich das video für den freitag nicht gucken weil dann wisst ihr jetzt schon was ich euch sagen werde werde ich euch sagen ja vielleicht startet ein bisschen schwächer reinzug noch mal auf die 5 10 roten dann können wir davon ausgehen dass er 6 70 und mehr erreicht und dann wird es auch so kommt ja weil das ist einfach weiß nicht warum aber das ist das muster was wir die letzten wochen haben weil eben bestimmte marktaktoren immer wieder gleich agieren halt die die kaufen scheinen sich erst donnerstag nachmittag für den kollegen zu interessieren zumindest war das die letzten woche so und wenn wir das jetzt wieder zu sehen wenn die gleichen käufergruppen wieder reinkommen stellen uns nicht dagegen sondern handeln mit und wissen das dann auch und deswegen habt da durchaus im sinn falls sie unten rausgeht und so wie ihr jetzt auch ein rücklauf reingegangen ist könnte ich mir das schon gut vorstellen dass wir jetzt hier nach unten reingehen 4 keine ahnung ja 4 30 das ist eigentlich halt naja ist das letzte tief wenn dann keil aufrecht erhalten für müsste eigentlich vorher drehen 4 85 480 vielleicht aber da wäre das weiß nicht also wenn ein keil aufrecht erhalten will dann müsste versuchen dieses tief nicht noch mal zu unterbieten oder gleich direkt nach oben durch starten zum donnerstag wo ich glaube fast wenn er zum donnerstag nach oben startet dann kommt da hinten raus wirklich runter weil das hat er die letzten sachen nie gemacht dass es erst richtig oben ausgestattet ist und dann lang sich gestreckt hat ich meine klar hätte ein bisschen überraschungsmomentum aber ich glaube wenn er zum donnerstag jetzt nach oben raus startet dann kriegt der 635 spätestens 670 richtig ein auf die nüsse und dreht sich wieder nach unten rein grundsätzlich wäre so oberhalb von 670 700 der markt wird deutlich positiver also dann hätte er die schwäche ausgekontert dieses abgleiten dass wir dass wir positiv zu werden alles was darüber geht dreht er sich aber hier wieder noch runter dann kommen ja auch neue tiefs und da hätte ich jetzt den fokus auch insbesondere auf dem gap auch auf dem tief hier 480 430 das sind die punkte wo ich genau hingucke channel pullback liegt auch genau auf 430 das passt in dem sinn und wenn er von hier hat lange grüne stundenkerzen nach oben spuckt kommt die gleiche so super raus wie die letzten wochen haben in diesem sinne dort einfach ein bisschen aufpassen und wie gesagt geht er drunter bleibt er auch zum abend hier dann geht er freitag tief durch dass ich wieder genau hier hoch weil der freitag hoch und damit könnte ich mir theoretisch das video für den freitag eigentlich entsparen ich mache aber trotzdem eins wünsche euch stand hier aber schon mal viel erfolg für den donnerstag guck noch mal kurz hier drauf hat natürlich jetzt auf den trigger zurückgezogen aber auch bloß drunter getochtet also lunte drunter gesetzt hier tja sieht bisschen aus wie fehlausbruch am allzeithoch bräuchte jetzt aber bräuchte tagessturz im bräuchten tagessturz unter 450 unter 400 dann würde das besiegen und dann hätte der freie fahrt bis ans unterband und das mal bei dem thema was ich hier zwei stunden her geleitet habe dass er wenn er jetzt zum donnerstag hier unten bleibt dann hat er den tagessturz haben wir gerade gesehen und dann gibt es das passt wie die faust aufs auge also von daher den keilen nicht ganz aus dem blick belassen wenn der jetzt in die auflösung geht und ja wünsche ich euch viel erfolg schaut mir auf die 430 schaut mir auf die 480 guckt euch oben ein bisschen die 635 670 an das sind eigentlich so die punkte wo man hier bestimmt relativ leicht dann geld holen kann wenn man zumindest ist die signale dann abwartet man nicht einfach blind dagegen stellen sondern auch gucken dass der markt wird das macht was wir von ihm erwarten und dann wird man sich dann ein bisschen was rausbeißen können ja alles darüber wird wieder positiver alles was jetzt nach unten raus geht wird negativ insbesondere wenn wir tief für tief dann unterbieten weil dann wir verkaufssignal für verkaufssignal für verkaufssignal setzen gut das war's ich wünsche euch was wir uns morgen wieder bis dahin tschüss